Willkommen zurück. Let's play Final Fantasy 13. Darth Vader wieder für euch am Start. Wieder im Kampf gegen böse, böse Viecher. Wir versuchen uns jetzt gerade eben ein klein wenig gegen die hier zu rüsten. Er hat nur irgendwas zum Verlangsamen. Na gut, dann müssen wir jetzt mal langsam hier Attacke geben. Sonst passiert, glaube ich, gar nichts mehr. So, Blitzweil. Autsch. Wie. Und jetzt geht's wieder weiter. Bahn, drauf. Da. Komm, 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 komm. Ja, ab im Schock. Und das soll's gewesen sein. Mit denen. Bam. Tschüss. Hatte die Luft mit dir. Bahn, hat's jetzt ein Drauzer. Was hat der denn hier eigentlich? Halbiert, 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 halbiert. Oha. Krass. Gut, okay. Der hat, ja, effektiv ist die Unterbindung von Magie durch Nebel. Hey, das hat er zumindest schon mal. Ich kenne ganz gut gemeistert. So, erstmal ganz kurz ein Blitzweil. Jawoll. Und gleich stürmte man so weg mit dem... Oh, super. Waren sogar alle schon weg. Glück gehabt. Das nenne ich mal Glück gehabt. Ihr seid tot. Wir kommen endlich zu dieser Kiste. So, mal schauen. Was haben wir jetzt? Sternenblumensamen haben wir jetzt bekommen. So, jetzt müssen wir gucken, wo es hier wieder weitergeht. Das war ja nur die erste Kiste. Hier sind ja noch ein paar mehr. So, wie waren das jetzt? Wo kamen wir denn her? Ja, wir kamen genau von hier vorne. Wir müssen jetzt einmal hier lang. Genau, das haben wir schon gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Und hier waren ja auch nochmal ein paar Kisten. Eine hier, eine dort drüben. Und eine hier an der Seite. Na, wo sind die fliegenden, unsichtbaren Gegner? Keine. Eine Gratiskiste. Hey. Schwarzpilz. Achtmal. Könnt ihr mittlerweile auch besser lesen. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ich es endlich geschafft habe, das Geld aufzubringen. Oh, 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 Mist. So, wir machen hier gar nichts großartig. Wir machen gleich Heilschlag. Manipulator. So, mal gucken, was die Umfang gleich zusammenbaut. Einer hat schon mal die Brote, das ist auch gut. So, wir gehen erst mal aufgehen. Hier. Hui, warum hat er jetzt einmal so viele D-Bus? Das ist ja schon fast unfair zum Vergleich vorhin. Oh, oh, da kam ein Tod. Oh, der hat sogar gesessen, der Tod. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, und zögern. Weiter. Dann muss noch jemand anderes sterben. Bam. Fein, das sind gute Schläge. Also gut Schaden, der da durchkommt. Bam. Man, weg mit hier. Also die Fähigkeit Engel genauso wie Nash-Setzen sind die beiden geilsten Fähigkeiten in dem Spiel, finde ich. Oh, nee, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte Blitz, weil... Weil da ist das Fang ja gerade eben wunderschön aus dem Drauf und zu den Tatschen, weil die direkt auf Schock spielen. Ach, der hat ja gar keine De-Buff. Das ist ja gemein. So. Bomben, weg, wir fliegen natürlich noch mit der Ehr, hauen da mit drauf. Ruinen mitten aus der Luft. Gut, dieser Kampf ging wesentlich einfacher. Manipulator sei Dank, sollte ich häufiger einsetzen. Ja, schon toll, dass mir das jetzt erst auffällt, einfällt und so weiter. Da drüben ist eine Kiste, die werden wir uns gleich mal ergreifen. Höpp. So, her mit der Kiste. Rosenspart. Was ist denn da? Oha, das sieht auch schon wieder ganz böse aus. Da lang. Und da kommen wir. Aber... Muss doch irgendwo noch eine Kiste sein, bin ich der Meinung. Da ist der Speicherpunkt. Wo war denn die nächste Kiste? Hier war doch noch irgendwo eine. Ich hab die doch gesehen. Die haben wir. Die haben wir. Und wo ist die nächste? Seltsam. Verschwunden. Oder vielleicht sogar schon aufgesammelt. Keine Ahnung. Dann geht's weiter im Programm. Was haben wir hier? Wir haben noch einen Protector über ein Eternikum. Brauchen wir nicht. Na gut. Probieren wir es einfach mal so. Auf jeden Fall ist es jetzt schon nur nochmal härter geworden. Jetzt sind schon zwei von diesen Viechern da. Wir fangen erstmal an mit. Heiler. Manipulator. Heiler. So. Da geht ein Nebel. D-Brote. D-Wall. Ich hoffe das. Oh oh. Autsch. D-Brote. 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 Probieren wir es jetzt auch mal so. Nein. D-Brote. 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 Böses Spiel, was hier gerade abgeht Armer Blitzweil Schnell in Schock, da ist er in Schock Oh oh Ich glaube, den kriegen wir nicht so schnell klein Wie ich gehofft habe What's that Gut, wir müssen hier noch einmal kurz abbrechen Bis gleich